Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Heute mit Tanja und Emilio. Und der Emilio ist heute hier mein Partner und wir machen ein paar Übungen. Gleich nach dem Intro. Geht's los! Geht's los! Sieg jetzt hier! 1, 2, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go! Du bist in den Trenn! Du bist nur irgendwie auf I sagst, Elbette! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war das Training bei den Taunusfightern in Nittstein, Emilio war da, Tanja war da, war hart, oder? Es war sehr hart, Katastrophe, wir laufen geradeaus, aber so ist es halt bei den Taunusfightern in Nittstein, kommt auch mal zum Probetraining, könnt ihr kommen und könnt ihr auch mal boxen und kickboxen und Muay Thai und schlammig, tue alles andere aus, alles andere aus. Cheerio mit Sophie, bis zum nächsten Spiel, Emilio kotzt gerade, bis zum nächsten Sportvlog. Bis zum nächsten Mal.